Ich grüße euch, meine werteste Community, zu einem neuen Video, mal wieder etwas längeres für euch. Ja, ich freue mich tatsächlich, endlich euch wiederzusehen und das war es im Grunde auch schon mit der persönlichen Begrüßung. Wir sehen uns in den Kommentaren, ich werde wie immer alles beantworten, was ihr schreibt und nun wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß mit der Geschichte. Auf eine schlaflose Nacht, ihr Bösewichte! Ich arbeite seit etwa einem Jahr in einem Gefängnis. Arbeiten ist der beste Weg, um die Zeit rumzukriegen, zumindest dachte ich das. Bevor ich wegen schwerer Körperverletzung verhaftet wurde, war ich als Hilfe für einen Landschaftsgärtner tätig. Ich bediente die Rasenmäher, schnitt die Büsche und bewegte Mulch sowie Rollrasen in der heißen Sonne für fette Kunden, die genug Geld hatten, um sich einen Landschaftsgärtner zu leisten. Hätte ich mich nicht in einer Bar geprügelt, hätte ich wahrscheinlich die nächsten 20 Jahre so weitergemacht, bis ich mir schließlich das hinweggepustet hätte. Jetzt darf ich das die nächsten fünf Jahre im Gefängnis machen, bis ich auf Bewährung rauskomme, zumindest falls ich so lange leben sollte. Es ist ein großes, altes Gefängnis, das es schon seit den frühen 40ern gibt. Es ist in zwei Abteilungen unterteilt, die äußere und die innere. Die beiden sind durch ein Tor in der Mitte voneinander getrennt und der Verkehr dazwischen wird streng überwacht. Der äußere Bereich ist für die Unterbringung vorgesehen. Hier befinden sich sechs offene Schlafsäle, die wie große Sommercamphütten aussehen. Sie beherbergen etwa 100 Jungs und enthalten eine Reihe von Etagebetten, auf denen sie schlafen können. Dann gibt es noch drei große Betonblockgebäude, in denen die leitenden Angestellte untergebracht sind. Dazwischen befindet sich das Gebäude aus Beton und Stahl, das hinter Stacheldrahtzäunen liegt. Abgesehen von einigen Büros und den Kantinengebäuden, die uns als Quelle für Junkfood dienen, besteht der Rest nur aus Gras, Sand und Betonwegen. Das ist eine Menge Gras, das im Sommer gemäht werden muss und eine Menge Orte, an die der Schnee im Winter geschippt werden kann. Die innere Station, das, was hinter dem mittleren Tor liegt, sind die Gebäude, die oft als Baustellen dienen. Der Speisesaal, der medizinische Pavillon, die Klassenzimmer, die Bibliothek und der Besuchsbereich bestehen größtenteils aus Beton und Gehweg und erfordern nicht viel Arbeit. Die sind Orte, die von der Verwaltung frequentiert werden und die man am besten meidet, wenn man es vermeiden kann. Der Großteil unserer Arbeit findet hinter dem mittleren Tor statt. Wir saßen alle auf dem Nordpavillon, tranken Limonade und aßen Snacks, als der für unser Team zuständige Wärter auf uns zukam. Herr Holzmann war einer der besten Wärter, die wir je hatten. Er ist nicht zu streng, aber auch nicht zu faul. Er behandelte uns wirklich fair, was den großen Unterschied für uns ausmachte. Wir nannten ihn immer Holzi. Er sah besorgt aus, als er auf uns zuging und Dario, einer der anderen Jungs aus der Truppe, stieß mich mit dem Ellbogen an, als er auf uns zukam und schüttelte den Kopf. Jo, Holzi sieht irgendwie unzufrieden aus. Das verheißt nichts Gutes für uns. Hör zu, Leute. Der Aufseher hat sich gerade gemeldet. Er will, dass ihr den Turm noch vor Feierabend ausräumt. Wir stöhnten alle auf. Der Turm war ein bröckelndes Beton-Ungetüm, das in der Mitte der Außenstation stand. Er existierte schon seit den frühen Tagen des Gefängnisses, aber jetzt war eine verfallene Monstrosität, in der die Wärter kaputte Möbel und alte Schallplatten unterbrachten. Außerdem wimmelte es hier von Ratten, und die sollten verdammt territorial sein. Die Insassen kamen dem Turm nicht zu nahe, wenn sie es vermeiden konnten. Die Ratten kamen heraus und bissen einen in die Knöchel oder jagten einen, wenn man sich dort so lange aufhielt. Es gab Geschichten darüber, dass sie Menschen töteten und die Leichen zum Fressen wegschleppten. Aber das war nur Gerede. Alle paar Monate verteilte ein Kammerjäger Gift im Außenbereich und versprühte scharfe Chemikalien, um sie davon abzuhalten, herauszukommen. Und das war so ziemlich alles, was das Gefängnis tat, um ihren Vormarsch einzudämmen. Niemand wagte es, hineinzugehen, und alles, was dort gelagert werden musste, wurde vor Sonnenuntergang erledigt. Keiner von uns wollte in den Turm gehen, aber der Befehl war gegeben worden, und sich zu weigern, wäre ein einfacher Weg gewesen, in den Arrest geschickt zu werden. Wir trafen alle nötigen Vorsichtsmaßnahmen, bevor wir hineingingen. Der Schuppen, in dem wir unsere Sachen aufbewahrten, hatte dicke Gummistiefel, Handschuhe, Ventilatoren und Lederkittel, die wir benutzten, wenn wir dichtes Ungrau zurückhackten oder Gestrüpp rodeten. Es war sehr heiß, denn der Turm hatte keine Klimaanlage. Wenn Herr Holzmann Feierabend machte, sind wir mit Sicherheit schweißgebadet und müde bis auf die Knochen. Wenigstens wurde die Arbeitstruppe gut bezahlt, ein Euro pro Stunde, für bis zu zwölf Stunden, und wir würden uns in der Kantine etwas Schönes kaufen können, wenn wir fertig waren. Sechs von uns stapften zum Turm, kurz bevor das Mittagessen ausgerufen wurde. Die Schlange der Insassen, die zum Speisesaal gingen, verhöhnte uns, als wir gingen. Sie machten dumme Sprüche, als es offensichtlich wurde, wohin wir gingen. Sie machten Witze darüber, dass wir die Ratten füttern würden, aber ich konnte sehen, dass sie auch erleichtert waren. Sie waren erleichtert, dass wir es waren und nicht sie, die in diesen gespenstischen alten Turm gingen. Der Turm hatte in ihren Köpfen einen fast legendären Status, und es war besser, dass wir, als sie in ihn hineingehen mussten. Bevor wir es merkten, standen wir in seinem Schatten. Der Turm war etwa fünf Stockwerke hoch, ungefähr 50 Meter. Er bestand eigentlich nur aus einem Erdgeschoss und einem obersten Deck zur Beobachtung, aber das Innere war eine große, leere Fläche. Von oben konnte man wohl das ganze Gelände überblicken, aber ich war noch nie oben gewesen. Als das Gefängnis gegründet wurde, stand hier der Schütze und beobachtete alle Insassen am Boden auf Anzeichen von Ärger. Jetzt war es nur noch ein Relikt, etwas, das an die gute alte Zeit erinnerte und ein Zuhause für die vielen Ratten war, die dort lebten. Als wir eintraten, war die Dunkelheit schwer und bedrückend, während die Sonne darum kämpfte, ihren Weg durch die staubigen Fenster zu finden. Ich legte den Schalter neben der Tür um und das Deckenlicht, eine einzelne Glühbirne, erwachte zum Leben. Sie leuchtete eine halbe Sekunde lang, bevor sie in einem Schauer aus Funken und Glas explodierte. Der Raum war wieder in Dunkelheit getaucht und das Licht, das durch die Tür kam, schien in der bedrohlichen Finsternis unerwünscht zu sein. Wir konnten bereits hören, wie sich Dinge in dem Miasma aus zerbrochenem Gerümpel bewegten. Das Geklapper vieler Münder war ein wenig nervtötend und wir begannen das Zeug, das der Tür am nächsten war, nach draußen zu schleppen, während Herr Holzmann einige Stehlampen holte. Es waren hauptsächlich Schreibtische und schwere Möbel, die noch nicht auseinandergefallen waren. Als wir sie wegräumten, konnte ich bereits die brütende Hitze spüren. Die Möbel begannen sich draußen zu stapeln und als die Mittagsgäste in ihre Schlafseele zurückkehrten, waren wir alle schweißgebadet und hüpften auf dem Rasen. Auch Herr Holzmann sah nicht gerade bequem aus. Sein Uniformhemd klebte an ihm und er versuchte, die Schweißflecken unter seinen Armen nicht sichtbar werden zu lassen. Als die Lichter endlich transportiert wurden, kam auch ein Traktor mit einem Anhänger. Die Schreibtische wurden abtransportiert, damit man sie in die Verbrennungsanlage schieben konnte. Einige der Tische schienen in Ordnung zu sein, aber die meisten waren ruiniert. Sie waren zerbrochen, einige waren an den Beinen gespalten und andere waren durch den jahrelangen Gebrauch verbogen und durchgesagt. Es war klar, dass einige in viel besserem Zustand gewesen waren, bevor sie in den Turm gekommen waren, die Beine abgekaut und die Oberseiten mit Urin und Kot bedeckt. Als sie in die Sonne kamen, konnte man die schleimigen Hinterlassenschaften überall auf den Holzoberflächen der Schreibtische sehen und ich fühlte mich sogar durch meine Handschuhe ziemlich angeekelt. Die Anzahl der geretteten Schreibtische war minimal und die meisten schienen für die Verbrennungsanlage bestimmt zu sein. Mit der Beleuchtung, die das Innere in ein dunstiges Licht tauchte, begannen wir tiefer in den Turm vorzudringen. Je tiefer wir gingen, desto mehr Ratten fanden wir. Unter jedem schattigen Spalt und in jeder Schublade wartete ein kleiner Haufen von ihnen darauf, entdeckt zu werden. Es waren keine Horrorfilm-Ratten, aber es ist schon ziemlich erschreckend, wenn etwas aus der Dunkelheit auf einen zuspringt, wenn man es am wenigsten erwartet. Als wir die Tische umstellten, zerstörten wir ihre Nester. Es waren kleine Ansammlungen von Papier und Holz, die Familien von Ratten und Mäusen beherbeckten und nur darauf warteten, entdeckt zu werden. Sie kamen zischend auf uns zu und klatschten gegen unsere Schürzen und Knöchel wie pelzige Kugeln. Die dicken Handschuhe, die wir trugen, hielten sie davon ab, uns zu beißen, aber sie blieben trotzdem an unseren Händen hängen und mussten abgeschüttelt werden. Alleine die Vorstellung, gebissen zu werden, war schrecklich, und einige der Jungs weigerten, sich schon nach der ersten Stunde wieder hineinzugehen. Die Mischung aus dunstiger Dunkelheit und lauten, wütenden Tieren machte sie nervös. Es brauchte alle zwischenmenschlichen Fähigkeiten von Herr Holzmann, um uns am Arbeiten zu halten. Trotzdem gab es die ganze Zeit über meuterndes Geflüster. Langsam aber sicher räumten wir den Boden auf. Als die Möbel zu verschwinden begannen, begannen die Ratten zu fliehen. Sie rannten zu Vordertür hinaus, rannten die Treppe zum Turm hinauf, zwängten sich sogar durch die bröckeligen Dielen und verschwanden unter dem Turm. Nachdem sich eine besonders fette Ratte durch die Bretter geschlängelt hatte, beugte ich mich vor und spähte durch die Lamellen in die tiefschwarze Dunkelheit. Ich konnte nicht viel sehen, aber es war stockdunkel da unten. Was ich zu sehen glaubte, war etwas, das mich an Wasser erinnerte. Ich hörte die Strömung und das Rascheln vieler Füße. Ein Rattenfluss, ein ständig fließender Strom von schwarzpelzigen Leibern. Fragte sich nur, wohin sie gingen. Ich wünschte, ich wäre unwissend geblieben. Es fing alles an, als Sam verschwand. Sam war ein großer und starker Kerl, der den ganzen Tag mit dem Traktor herumgefahren ist. Der große, blonde Bauernjunge hatte mit Leichtigkeit Schreibtische verschoben, lachte, wenn die Ratten ihn angebissen hatten und warf sie genüsslich gegen die Wand. Er saß wie ich wegen Körperverletzung im Gefängnis, war aber auf einer Farm aufgewachsen und Ratten machten ihm wahrscheinlich nicht mehr zu schaffen als eine Fliege. Ich war dabei, einen großen, alten und schweren Schreibtisch aus echtem Ahaguni umzustellen, als Dario auf eine Ratte trat. Er kläffte auf, als die Ratte jämmerlich gewiegte, und als er zu Boden ging, knickte das Bein des Schreibtisches ein und der Schreibtisch fiel zu Boden. Das Knirschen war hörbar, und er fing sofort an zu schreien. Ich versuchte, den Schreibtisch aufzurichten, aber es brauchte drei andere Männer, um ihn schließlich von Dario herunterzuholen. Sein Bein war eine gequetschte Masse aus lila Fleisch, der Knochen ganz offensichtlich gebrochen. Herr Holzmann kam herübergerannt, und als er das Bein sah, fluchte er laut. Über einen Funk wurde ein Arzt gerufen, aber keine Krankenschwester wollte einen Fuß in den Turm setzen. Schließlich hoben Willi und Roland ihn auf eine alte Segeltuchtrage, die jemand in eine Ecke geschoben hatte, und brachten ihn mit Holzmann im Schlepptau zur Krankenstation. Er hielt gerade lange genug, um das Tor zu verschließen, und sagte Clemens und mir, wir sollten auf dem Rasen bleiben, bis er zurückkam. Dann raste er den Bürgersteig hinunter, während Dario schrie und die anderen beiden versuchten, ihn nicht anzustoßen. So standen Clemens und ich auf dem Rasen, im Schatten des Turms und schwitzten in der Sonne, während wir in unseren Lederschürzen und Gummihandschuhen brannten. In diesem Moment wurde mir klar, dass Sam fehlte. Wo ist Sam hin? Fragte ich niemanden Bestimmten und schaute mich neugierig um. Clemens zuckte auf meine Frage nur mit den Schultern und lehnte sich an den Turm, um sich im Schatten zu sonnen. Er war ein älterer weißer Mann, über 50, und er war am längsten bei der Arbeitsgruppe. Er benahm sich die ganze Zeit wie ein Strohmann, was wir ihm aufgrund seines Alters durchgehen ließen. Heute wünschte ich mir wirklich, er hätte geholfen, Dario zur Krankenstation zu bringen und jemand anderen hier mit mir sitzen lassen. Der Kerl war schlimmer als nutzlos, und vor meinen Augen sah ich zu, wie er im warmen Schatten des Turms einschlief. Ich machte mich auf die Suche nach Sam und lief um den Turm herum, um zu sehen, ob Sam vielleicht auch beschlossen hatte, irgendwo draußen ein Nickerchen zu machen. Ein kurzer Rundgang um die Basis sagte mir, dass er nicht da war. Ich kehrte zum vorderen Rasen zurück, wo Clemens jetzt gemütlich schnarchte, und schaute auf die klaffende Öffnung des Turms. Er musste noch drinnen sein, aber ich sah nicht, wie das möglich war. Er hätte sicher gehört, wie er Holzmann-Ala herausrief. Er hatte sicher nicht beschlossen, dort drinnen ein Nickerchen zu machen. Das wäre sein Todesurteil. Je länger ich dort stand, desto mehr wusste ich, dass ich hineingehen musste. Ich machte einen zögernden Schritt und wurde mutiger, als ich mich der Tür näherte. Ich steckte meinen Kopf zuerst hinein, schaute mich auf dem nun klaren Boden um und sah niemanden. Ich warf einen Blick auf die Wendeltreppe, die zum Beobachtungsbereich führte. Sicherlich würde er nicht dort hinaufgehen. Das war ganz klar verboten, und Sam neigte nicht dazu, solche Regeln zu brechen. In diesem Moment sah ich den Gummistiefel, der sich im grellen Halogenlicht abzeichnete. Er lag auf der Seite und bewegte sich leicht. Der Besitzer versteckte sich hinter einer kleinen Ansammlung von Schreibtischen, die noch bewegt werden mussten. Ich konnte es nicht glauben. Sam schlief hier drinnen mit all den Ratten. Ich wusste, dass er ein großer, dummer Bauernjunge war, aber das klang nach einer tollen Möglichkeit, angefressen zu werden. Ich ging zum Schreibtisch hinüber, bereit, ihn zu wecken und auf den Rasen zu zerren, schreckte aber dann entsetzt zurück, als ich über den Schreibtisch blickte. In dem grünen Gummistiefel steckte ein Bein, das am Knie abgetrennt war. Ich fiel zurück gegen die Holzdielen, als ich stolperte, und als mein Arm durch den verrotteten Bodenbelag ging, fühlte ich drahtiges Fell und dann harten Boden. Da biss etwas in meinen Arm, und ich zog ihn mit einem schnellen kleinen Ruck frei. Der Bereich unter dem Boden war schmutzig, bedeckt mit Rattenkot und knusprig mit den ausgetrockneten Körpern alter Ratten. Als ich zusah, sah ich, wie ein Schwarm Ratten an der Öffnung vorbeihuschte. Es gab nicht viel Platz unter den Brettern, aber die huschenden Massen schienen nicht viel zu brauchen. Das Ziel lenkte meine Aufmerksamkeit wieder auf den Schreibtisch und das Bein, und ich konnte sehen, wie es um die Ecke des Schreibtischs verschwand, noch während ich zusah. Ich sprang auf, die Vorstellung, dass die Ratten das, was von ihm übrig war, in die Erde schleifen würden, war plötzlich zu entsetzlich, und ich sprang über den Schreibtisch, um es zu verjagen. Ich sprang eilig über den Schreibtisch und fand eine absolut riesige Ratte, die das Bein wegzehrte. Sie bäumte sich gegen mich auf, so groß wie eine mittelgroße Katze und mit dunklem Fell bedeckt, und ich wich zögernd zurück, während ich meine Position abschätzte. Ich griff nach einem abgebrochenen Vierkantholz, das ich quer über den Schreibtisch gelegt hatte, und schwang es nach der borstigen Kreatur. Es rannte los, und der Schwanz wippte, als es das Bein fallen ließ und zu dem Loch rannte, aus dem es gekommen war. Das war der Moment, in dem ich mein Übermut übermannte. Ich rannte hinter der Ratte her und schwang den Holzklotz, während sie vor Angst floh. Bald würde ich mir wünschen, ich hätte mich an diesem Tag krank gemeldet und wäre in meiner Koje geblieben. Als mein Fuß dieses Mal im Holz versank, versuchte ich, ihn herauszuziehen. Stattdessen sank er bis zum Oberschenkel, und ich musste mich winden, um zu versuchen, ihn loszukriegen. Die große Ratte hörte aufzurennen und drehte sich um, um mich mit seinen glänzenden Augen zu begutachten. Ich schwang das Holz in seine Richtung, aber er war außer Reichweite, und das wusste er. Ich zappelte, kämpfte und versuchte, mich zu befreien, und als ich das Splittern des Holzes hörte, registrierte ich es nicht sofort. Erst als ich fiel, wurde mir klar, wie sehr ich in Schwierigkeiten steckte. Ich fiel ein paar Sekunden lang im freien Fall, und die Luft wurde mir aus der Nase gezogen, als ich in die Dunkelheit stürzte. Als ich auf die Steinwände eines uralten Sprosses aufschlug, spürte ich, wie mein Rücken aufgeschürft wurde, als ich immer wieder dagegen klatschte. Das Holz purzelte mir beim Fallen aus den Händen, und nach 30 Sekunden des Fallens befürchtete ich, ich würde einfach für immer fallen. Wie Alice im Kaninchenbaum würde ich fallen, bis ich den Boden fand. Im Gegensatz zu Alice würde ich den Sturz wahrscheinlich nicht überleben, sobald der Boden mich gefunden hatte. Etwa fünf Sekunden später landete ich auf etwas Weichem. Er schlug mir den Wind aus den Segeln, als ich landete, und scharfe kleine Sporen stach hin in meiner Haut. Ich konnte spüren, wie Blut aus den Wunden zickerte, aber sie schiene nicht allzu schlimm zu sein. Meine Beine funktionierten noch, die Arme auch, und als das, worauf ich gelandet war, zu zappeln, begann, rollte ich mich auf den Boden. Ich nahm an, dass ich auf einem Rattenbau gelandet war. Die stacheligen Stacheln mussten Holz sein, das sie für ihre Behausung geplündert hatten. Aber als ich abrollte, krabbelte ich schnell weg und sah, worauf ich gelandet war. Das Licht von oben fiel auf eine riesige Ratte, so lang wie ein Sofa und genauso groß, die keuchend ihre letzten Momente aushauchte. Ich hatte ihr die Knochen gebrochen, als ich auf ihr landete, und ihr schwarz-graues Fell war von Knochenspornen durchsetzt, die sich bei meiner Landung gelöst hatten. Sein einziges gelbes Auge rollte zu meinem, und ich konnte seine tiefe Verwirrung sehen, als es seine letzten röchelnden Atemzüge tat. Ich machte einen wackeligen Schritt zurück, immer noch wie gebannt von seinem starrenden Auge, als ich das Gestrapel vieler Füße auf dem Steinboden hörte. Ich wandte mich dem nächstgelegenen Tunnel zu und rannte, da ich nicht sehen wollte, welche anderen Schrecken hier unten lebten. Ich rannte mehr oder weniger wahllos durch die Dunkelheit. Die Tunnel waren peischschwarz, als ich das Licht aus dem ersten Raum hinter mir ließ, aber ich hatte ein kleines Feuerzeug, das ich benutzte, um meinen Weg zu sehen. Es hatte den Sturz irgendwie überlebt, und ich hielt meine Hand davor, während ich rannte, um es nicht auszulöschen. Die Tunnel schlängelten und bogen sich, während ich rannte, und ich brachte mich tiefer in die lichtlose Welt der Ratten. Während ich rannte, wurde ich auf ein seltsames, schabendes Geräusch vor mir aufmerksam. Es klang wie hunderte von Krallen, die über den Stein kratzen, und ich wusste sofort, dass ich nicht sehen wollte, was dieses Geräusch verursachte. Der Tunnel ließ mir jedoch nur wenige Möglichkeiten, und ich wusste, was hinter mir lag, wenn ich umkehrte. Das Geräusch wurde lauter, als ich mich näherte. Langsam und vorsichtig ging ich darauf zu. Der Boden wurde rutschig, je weiter ich ging, und meine Füße kratzten, als sie auf etwas Brüchiges stießen, das im Tunnel verstreut war. Ein Blick mit meinem Feuerzeug offenbarte kleine Tierknochen, wahrscheinlich Ratten, und einige der Schädel waren groß genug, um von großen Hunden zu stammen. Was es mit der plötzlichen Nässe auf sich hatte, konnte ich nicht sagen, aber der schreckliche Geruch, der sie begleitete, veranlasste mich nicht genau nachzuforschen. Einen Moment später kam ich aus dem Tunnel heraus in eine aufragende Höhle und fand die Quelle des Schabens. Das Feuerzeug fiel mir aus den gefühllosen Fingern, aber ich hatte in der flackernden Beleuchtung alles gesehen, was ich sehen musste. Ich hockte mich hin, Tierhand krabbelnd, und hoffte inständig, dass das, was auch immer es war, mich nicht gesehen hatte, wobei dieses Ding mich definitiv sah. Ich konnte seine Tausenden von Augen sehen, die mich in der Dunkelheit anstarrten, und ihr Hass reichte aus, um mich in meinen Bahnen erstarren zu lassen. Der Leviathan verachtete mich. Er verachtete den Eindringling in seinem Reich. Während ich nach dem Feuerzeug suchte, konnte ich hören, wie es auf tausend Beinen zu mir krabbelte, während es seine Masse über den Boden bewegte. Als ich klein war, hatte ich einen Onkel, der Kammerjäger gewesen war. Eines Abends, als er auf meinen Bruder und mich aufpasste, erzählte er uns eine Geschichte über etwas, das sich der Rattenkönig nannte. Nicht irgendeine zimperliche Maus mit einer Krone, wie wir sie im Weihnachtsstück gesehen hatten. Es handelte sich um eine Gruppe von Ratten, deren Schwänze sich so hoffnungslos verheddert haben, dass sie einander nicht mehr entkommen können. Es sei denn, sie beißen sich die eigenen Schwänze ab. Er hatte von Dutzenden, vielleicht sogar von 30 Ratten gesprochen, die in einer sich windenden Masse aneinandergereiht waren. Er hatte uns von einer Ansammlung von Kreaturen erzählt, die zu einer einzigen Kreatur geworden waren und als symbiotische Masse lebten. Ich erinnere mich, dass mein Bruder und ich in Ehrfurcht vor einer solchen Kreatur saßen. Als ich das Feuerzeug wiederfand und entzündete, sah ich die Masse der Ratten. Sie waren hunderttausend stark und viele hatten die Größe von Mastiffs mit Schwänzen wie Seilwindungen. Der eine in der Mitte aber war absolut massiv. Er stand in ihrem Zentrum, Augen wie Scheinwerfer, groß wie ein kleiner Elefant und sein fauchender Schrei jagte mir ein Schauer über den Rücken. Er stand in ihrer Mitte, ihre Schwänze waren um ihn gewickelt und trotz seiner Größe wurde mir klar, dass er zu massiv war, um sich ohne ihre kollektive Beinarbeit zu bewegen. Sie wichen von meiner Flamme zurück, ihre sensiblen Augen waren geblendet von dem plötzlichen Eindringen und ihre Schreie waren genug, um einen in den Wahnsinn zu treiben. Als sie flohen und sich auf ihren Tausenden von Beinen rückwärts bewegten, erhaschte ich einen Blick auf einen weiteren Tunnel, der sich hinter ihnen herausschlängelte. Ich wusste nicht, ob dieser Tunnel in die Freiheit oder zu einem noch schlimmeren Schicksal führte, aber das war mir in diesem Moment egal. Als die riesige Ratte rückwärts taumelte, sprintete ich auf den Tunnel zu und schaute nicht zurück, während ich durch die Schwärze rannte. Ich war immer noch am Laufen, als ich das Tageslicht vor mir sah. Ich rannte schon seit gefühlten Stunden ohne Pause und als meine Augen die Rücke einer Art von Licht registrierten, rannte ich einfach weiter. Die Luft wurde weniger drückend, meine Augen gewöhnten sich an die Rücke des Lichts und ich hielt plötzlich an, als mich der späte Nachmittag aus dem Eingang einer kleinen Höhle grüßte. Ich bewegte mich vorsichtig hinaus und es war gut, dass ich das tat. Bald blickte ich über einen Abgrund, der in die alte Kiesgrube hinab schaute, die das Gefängnis einst betrieben hatte. Ich musste einen Kilometer oder mehr außerhalb des Zauns sein, zerschrammt, blutig und knochenmüde. Ich erwog dort bis zum Morgen zu schlafen. Ein Blick zurück ließ mich eines Besseren belehren. Ich kletterte auf die Spitze der Grube, was keine leichte Aufgabe war, und ging zurück zum Zaun. Ein Postfahrzeug hielt mich an. Ein alter Wärter richtete seine Waffe auf mich, als ich versuchte zu erklären, was mir passiert war. Er fesselte meine Hände mit einem Reißverschluss, legte mich auf die Ladefläche seines Lastwagens und fuhr mich zurück zum Eingangstor des Gefängnisses. Als ich von ein paar unglücklichen Beamten herausgezogen wurde, führten sie mich direkt zum Sicherheitsgebäude und sagten, jemand wolle mit mir sprechen. Ich hatte erwartet, dass ich bestraft werden würde, dass ich wegen Flucht angeklagt werden würde, dass ich in eine andere Einrichtung verlegt oder in den Arrest geschickt werden würde. Ich hätte nie erwartet, dass man mich in das Büro des Aufsehers bringen würde. Es war weit nach Einbruch der Dunkelheit, als sie mich hinsetzten, aber der Aufseher sah wie immer prächtig aus in seinem Nadelstreifenanzug und der kleinen goldumrandeten Brille. Die Wache nahmen mir die Fesseln ab, als sie mich hinsetzten, und ließen mich dann einfach mit ihm allein. Er schob mir eine Tasse mit etwas Heißem hin, und ich trank den Kaffee genüsslich. Er schmeckte himmlisch nach der Wanderung durch die Kälte, und er ließ mich die Tasse zur Hälfte austrinken, bevor er sprach. Der Aufseher war einer der merkwürdigeren Charaktere im Gefängnis. Er war schon so lange der Aufseher, wie sich jemand erinnern konnte. Er hatte eine geheimnisvolle Art an sich, die den Insassen Unbehagen bereitete. Kein Insasse wollte mit ihm sprechen, nicht einmal die Neuen, und er war in seiner ganzen Zeit in der Abteilung noch nie angegriffen oder belästigt worden. Wie ich höre, hatten sie einen ziemlich anstrengenden Tag, sagte er und lächelte. Ich nickte und nippte an meinem Kaffee. Also, wie kam es, dass sie außerhalb des Zauns waren? Ich erzählte ihm von meinem Sturz durch den Boden des Turms, wie ich die Ratten in den Tunneln gesehen hatte, und wie ich durch die Tunnel gerannt war, um ihnen zu entkommen. Ich spürte, wie meine Hände zitterten, als ich es ihm erzählte, und ich hatte Angst, dass ich den Kaffee auf seinem Büroteppich verschütten könnte. Während ich sprach, beugte er sich vor und starrte mich über den Rand der kleinen Goldbrille an. Er war interessiert, sehr interessiert, und als ich den Teil über den Rattenkönig überflog, lehnte er sich zurück und schien enttäuscht zu sein. Ich könnte dir fünf Jahre extra geben, weil du geflohen bist, weißt du? Zusätzliche fünf Jahre können einem Mann im Inneren wie ein ganzes Leben vorkommen. Ich sah, wie ein Tropfen des Kaffees auf den Teppich fiel und versuchte, meine Hände zu beruhigen. Ich werde dir das ersparen, wenn du mir eine Frage beantwortest, eine Frage, und du darfst in deinen Schlafseil zurückkehren und den Rest deiner Strafe in Ruhe absitzen. Ich sah in seine Augen diese seltsamen, bernsteinfarbenen Kugeln, die wie keine Augen wirkten, die ich je gesehen hatte, und wartete auf die Frage. Er lehnte sich über den Schreibtisch, die Vorfreude stand ihm ins Gesicht geschrieben. Haben Sie ihn gesehen? Ich brauchte nicht zu fragen, wen er meinte. Ich nickte. Er lächelte, und sein Haifischgrinsen war beunruhigender, als es die Riesenratte je gewesen war. Sie brachten mich zurück in meinen Schlafsaal, und ich ließ mich wortlos auf meine Koje fallen. Meine Arbeitskollegen versuchten, meine Aufmerksamkeit zu erlangen, wollten wissen, wo ich gewesen war, wollten wissen, was mit Sam passiert war, aber ich lag einfach da und tat so, als würde ich schlafen. Ich wollte mit niemandem reden, wollte niemandem etwas sagen. Ich wollte nur versuchen, diese Schrecken zu vergessen, die ich unter der Erde gesehen hatte. Ich habe das am nächsten Tag geschrieben und werde versuchen, es zu meinen Leuten draußen zu bringen. Sam's Habseligkeiten wurden weggebracht, sein Name taucht in keinem der Einsatzpläne mehr auf. Es ist so, als hätte er nie existiert. Was wäre, wenn ich auch nicht zurückgekommen wäre? Wäre ich dann einfach ein weiterer Insasse, der nie existiert hat? Während ich hier sitze und dies aufschreibe, könnte ich schwören, dass eine Maus auf der Fensterbank sitzt und mich beobachtet. Sie steht einfach da, der Regen perlt auf ihren Schnurrhaaren, während sie mich durch das trübe Glas des Tagesraumfensters anstarrt. Zu diesem Zeitpunkt weiß ich nicht, wovor ich mehr Angst habe. Ich weiß nicht, welche Tatsache mich mit mehr Furcht erfüllt. Ich habe die Wachen gesehen, die mich beobachten. Ich habe die Augen gesehen, die mich beobachten, wenn das Licht aus ist. Ich habe gesehen, wie die Augen der Schlafsaalbeamten mich oft verfolgen, wenn sie denken, dass ich nicht hinschaue. Ich habe die pelzigen Gestalten gesehen, die vor dem Glas stehen, wenn sie denken, dass ich nicht aufpasse. Ich weiß nicht, woher ich mir sicher bin, dass mein Tod kommen wird. Deshalb kann ich euch nur sagen, seid vorsichtig, denn der Rattenkönig existiert. Solltet ihr jemals diesem begegnen, dann betet, dass ihr schnell genug seid, um zu entkommen. Solltet ihr jemals diesem begegnen?